hallo willkommen zu einem neuen blu ray update video auf meinem kanal ich war heute nach der arbeit im expert wollte eigentlich gucken nach halloween resurrection auf blu ray weil halloween resurrection ist out of print gegangen vor kurzem weil es hätte sein können dass noch in den vereinzelten märkten noch eine blu ray rum liegt für was ich zehn euro oder 8 990 oder so aber expert und mediamarkt war keine chance aber ich habe heute diese blu ray gefunden der film sagt mir nichts habe ich damit habe ich mal ein bisschen gegoogelt über den film um herauszufinden ob der film gut ist dann habe ich auf amazon geguckt die rezensionen geguckt auf amazon die amazon rezensionen waren ganz gut also film soll ganz gut sein ist ein deutscher film der film wird aus dem jahr 2022 ist ein drama biografie geht zwei stunden 18 minuten regie hat geführt feit akin ob der film im kino war weiß ich nicht auf jeden fall ist der film von warner home video und vertrieb ist von universal pictures und die blu ray veröhe ist vom 30.03.2023 hier reingold habe ich mir geholt hier oben steht schon von emilo mit emilo sakraya ist saxa und feit akin film reingold dann steht hier steht schon ach hier steht ja der war im kino über eine millionen kino besucher steht hier und der film ist ab 16 und von warner brothers ich habe mir die geholt im expert heute für 13.99 war war die blu ray da da habe ich geguckt auf amazon wie wird denn der gehandelt auf amazon 14.99 also habe ich einen euro gespart so hier oben sind ein paar werbeslogan viel vielschichtig und unterhaltsam cdf heute journal und lupenreines gangster epos von blickpunkt film hier ist die inhaltsangabe zaksas weg vom ghetto an die spitze der musikschars ist so dramatisch wie abenteuerlich aus der hölle eines irakischen gefängnisses kommt giver hayabi mitte der 1980er jahre als kleiner junge mit seiner familie nach deutschland und landet ganz unten möglichkeiten gibt es aber hinternisse noch viel mehr vom klein kriminellen zum großdealer geht es ganz schnell bis eine ladung verloren geht um um beim kartell seine schulden zu begleichen plant giver einen legendären goldraub ok specials haben wir making of und sie das geheimnisse die blu ray hat dolby audio und dolby atmos und 138 minuten ja das waren ein paar grundinfos zum film und eine kleine inhaltsangabe jetzt muss ich nur die blu ray aufkriegen so hier ist eine lasche einfach rum so und so sieht ja auch so guck mal unten chickens bein hatte hat die blu ray in gold hier blu ray rein gold und otten warner brothers und cover sieht auch gut aus fsk 16 und hier wahrscheinlich der darsteller aus dem film zum reingucken kein wende cover sehr schade hier haben wir die blu ray so sieht die blu ray aus in mit goldner schrift und hier den charakter abgebildet und fsk 16 warner brothers also wie gesagt kein wende cover sehr schade wie gesagt aber auch warner brothers hat mich eigentlich nie enttäuscht ich habe den film noch nie gesehen ist ein blindkauf gewesen eigentlich mache ich gar nicht mehr so gerne blindkäufe aber das soll ein ganz guter gangster film sein das war mein update video für heute und unboxing dieser blu ray ich hoffe das video hat euch gefallen ich wünsche allen noch einen schönen dienstag schönen morgen schönen wochen mitte also wochenteiler dann bis zum nächsten mal tschau tschau